Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine Pizzaschachtel für euch. Jetzt wird der ein oder andere sagen, eine Pizzaschachtel, da stehen die Ecken ja immer ab. Aber wie ihr seht, bei dieser Variante nicht, denn der Verschluss ist an der Front und das wird hier rausgezogen und dann öffnet sich die Pizzaschachtel. Normalerweise, zumindest habe ich sie bisher immer so gebastelt, wenn ihr die so schließt, werden diese Ecken an diese Lasche geklebt. Und dann hat man ja immer das Problem, dass hier hinten diese Ecken abstehen. Und das umgehen wir, ich zeige euch auch gleich wie, wenn wir die so basteln, wie ich sie jetzt gemacht habe. Da habe ich lange dran rumgetüftelt, dass das auch so passt. Und die ganze Box hat zum Schluss ein Maß von 10,5 x 10,5 und ist 2,5 cm hoch. Ich habe hier wieder verwendet die Eulen und das Designerpapier aus der Celebration. Ich zeige es euch noch mal kurz. Celebration Broschüre, die Eulen findet ihr auf Seite 4. Die könnt ihr euch schenken lassen ab einem Bestellwert von 60 Euro. Und das Designerpapier Fröhliche Muster findet ihr auf Seite 14. Und das könnt ihr euch schenken lassen ab einem Bestellwert von 120 Euro. Falls da zu Fragen sind, immer her damit. Maße findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Die blende ich hier unten ein. Und dann legen wir auch schon los. Ich sage euch die Maße natürlich auch noch. Ich habe schon einiges vorbereitet, bis auf die Eule. Und zwar arbeiten wir heute in Babyblau und da braucht ihr ein Stück in 28,5 x 20,5. Dann haben wir Designerpapier eins in 10 x 10 und vier Stücke in 10 x 2. Dann habe ich mir aus den Stanzformen Basic mit Pepp. Die findet ihr im Jahreskatalog schon einmal den größten Kreis ausgestanzt in Jade. Das größte Fähnchen hier, das habe ich mir noch mal in Babyblau ausgestanzt und den zweiten Kreis, den zweitkleineren. Den brauchen wir dann später noch für die Eule. Den nehme ich schon mal raus. Und dann fangen wir auch schon ab. Ich glaube, wir stempeln mal als erstes die Eule. Dann kann die schon mal trocknen. Und dann nehme ich jetzt aus dem Stempelset, wie bei den Karten auch, wieder die fliegende. Die stempel ich schon mal auf. Einmal und auch das Glückwunsch nehme ich hier wieder. So. Kolorieren oder ausmalen werde ich die dann später. Das kann jetzt erst trocknen. Wir falzen jetzt erstmal. Und zwar Falzbrett. Wir fangen an der langen Seite an. Schneideklinge weit an die Seite. Und als erstes, einmal Ärmel hoch, fangen wir bei 2,5 cm an. Das lege ich rechts an. Dann habe ich hier die Anlagefläche. Also lange Seite als erstes bei 2,5 cm. Dann drehen wir das Ganze und falzen bei 3,10 cm. Bei 15,5 cm. Bei 15,5 cm. Und bei 26 cm. Und dann müssten hier wieder 2,5 cm. Jetzt drehen wir es auf die kurze. Falzen wieder als erstes bei 2,5 cm. Einmal wenden. Einmal wenden. Und dann bei 5. Bei 15,5 cm. Und bei 18 cm. So, dass auf der rechten Seite wieder 2,5 cm übrig bleiben. Dann falzen wir das Ganze auch schon nach. Ich muss gerade mal meine Stempel an die Seite legen, sonst haue ich mir da gleich den Farbkarton rein und dann ist er schon eingesaut. So, wenn wir das jetzt gleich nachgefalzt haben, ja dann könnt ihr das auch gut sehen. Seht ihr, dass die rechte Seite genauso aussieht wie die linke. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen was wegschneiden. Und das zeichne ich euch glaube ich mal eben an. Und zwar haben wir hier links oben und unten zwei Quadrate. Da schneiden wir das obere raus und das untere. und das Rechteck daneben, die beiden hier, schneiden wir auch raus. Das kommt raus. Dann um die beiden Quadrate kümmern wir uns später. Hier in der Mitte habt ihr dann nochmal zwei Quadrate. Die bleiben komplett stehen. Die schrägen wir einfach nur an. Oben und unten. Und das gleiche machen wir an dieser Seite. Also erstmal schneide ich mir jetzt hier oben das kleine Quadrat und das Rechteck raus. Und da schneide ich mir die Wölbung vom Falzen mit weg. Das könnt ihr auch mit dem Falzbrett machen. So. Einmal raus. Andere Seite genauso. Und dann können wir hier auch gleich weiterschneiden. wenn es denn möchte. Da schneiden wir das ein. An dieser Seite auch. Dann kommen wir zu den doppelten Quadraten. Da schneide ich auch einmal hoch. Und das schräge ich an. Das muss nicht perfekt aussehen. Die verschwinden ohnehin gleich. Das gleiche machen wir an der anderen Seite. die beiden doppelten Quadrate. Zack. Und hier beim letzten noch. Anschrägen. Dann haben wir zumindest schon mal so schaut das aus. alles eingeschnitten. Alles eingeschnitten. Stand zu vorn hier mal eben an die Seite. Und jetzt müssen wir uns noch um diese Seite kümmern. und zwar schneiden wir die auch von dieser Seite ein. Das machen wir an beiden Seiten. und jetzt müssen wir die Innenseite, also die, die nach hier geht, die schrägen wir an. Und diese Außenkante, die müssen wir abrunden. Ihr könnt euch jetzt einen runden Gegenstand nehmen und euch das anzeichnen. Ich mache das jetzt hier einfach mal Pi mal Auge. Wenn es dann nicht passt, können wir immer noch was wegnehmen. Also schneidet am Anfang nicht zu viel ab. Ihr könnt immer später noch was wegnehmen. So, hier oben auch. Die eine Seite abrunden. Die äußere Seite. So ungefähr, dass es an beiden Seiten ähnlich aussieht. Wie gesagt, ihr könnt euch das auch anzeichnen. Und hier anschrägen. Und dieser Teil wird geklebt und dieser hier nicht. Deshalb schräge ich mir hier oben das Rechteck und das hier. Das schräge ich mir auch noch ein bisschen an. Und die sieht man nachher. Da solltet ihr darauf achten, dass das ungefähr gleich ist. Genauso wie bei diesen beiden. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich drehe es nochmal um. Das ist jetzt die Außenseite. Und jetzt müssen wir uns von der Innenseite hier unten auf das Rechteck. Und hier oben. Da machen wir uns jetzt Kleber hin. Und zwar nur auf die beiden äußeren Rechtecke. Sonst nirgendwo. So. So. Das drücken wir gut an. oben. Oben auch. Und jetzt kommt so ein bisschen der fummelige Part, würde ich mal sagen. sehen. Wir ziehen uns an einer Seite den Kleber ab. Nein, nicht den Kleber, sondern die Schutzfolie. Und diese beiden Öhrchen, die werden jetzt aufgestellt. Und das klappe ich mir einmal nach außen. Also. Das stellen wir auf. Und dann holen wir uns das rüber. Da müsst ihr jetzt aufpassen, dass es nicht vorher schon klebt. So. Und dann müssen wir das von hier oben umklappen. Und das ist jetzt so ein Moment, der ist ein bisschen fummelig, weil das nicht wegrutschen darf. So. Geschafft. Schneller andrücken. Also. Ich zeige euch das an dieser Seite nochmal. Die beiden klappen wir ein, holen das hoch und dann klappen wir das so nach innen. Die Klebelaschen müssen dann natürlich flach liegen. So. Ich werde jetzt diese Seite erstmal festdrücken. Und dann machen wir das Ganze an der anderen Seite auch. Ich klebe hier bewusst das Designerpapier erst auf, wenn ich die Box fertig habe. Die zweite Seite flutscht dann etwas besser, wenn die erste erstmal fest ist. So. Und dadurch, dass wir das jetzt so geklebt haben, entstehen jetzt hier vorne zwei Laschen. und da gehe ich jetzt so ein bisschen mit dem Falzbein rein. Ihr seht das gar nicht. Hier. Und dehne das ein bisschen. Macht das vorsichtig, damit euch der Farbkarton da jetzt nicht reißt. So. Da komme ich mit dem Falzbein nicht rein. Dann nehme ich den Pikser und dehne das ein bisschen. So. Und dann können wir die beiden Seiten nach innen einschlagen. So. Und diese beiden Laschen, die gehen jetzt hier vorne rein. Und da merkt ihr jetzt schon, wenn ihr zu wenig abgeschnitten habt, dann gehen die Laschen nicht rein. Ich merke das jetzt hier, also an der Rundung muss ich noch ein bisschen schneiden. Aber immer nur ein ganz bisschen. Wenn ihr zu viel abschneidet, dann springt euch die Box wieder auf. Na. Jetzt wird es gar nicht. Das ist jetzt wieder der typische Vorführeffekt. Eine Seite. Das ist beim ersten Mal noch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, fummelig. So. Da will sie rein, hier aber nett. Ah doch, jetzt. So. Wenn die erst einmal drin gewesen sind, diese kleinen Öhrchen, dann funktioniert das auch. Und so ist die Box an sich schon fertig. Hier an den Seiten steht nichts ab. Ja, die Lasche kommt jetzt so ein bisschen nach vorne. Aber optisch, finde ich, sieht das so besser aus. Jetzt können wir das Ganze bekleben. Und dann nehmen wir das große Stück für oben drauf. Das ist 10 mal 10. Unsere Box ist ja 10,5 mal 10,5. Und die kommen dann jeweils hier an die Seiten, auch hier vorne. Das klebe ich jetzt erst auf, bevor ich mir da gleich noch eine, jetzt hätte ich beinahe gesagt, eine Lücke. Also so einen kleinen Eingriff, stamze ich mir da gleich noch rein. Obwohl das eigentlich zwangsläufig nicht braucht. Man kann natürlich hier hinten auch einfach mit dem Fingernagel reingehen. Nicht hinten, das ist ja in dem Fall vorne. So, und die letzte Seite noch. Ihr könnt hier, wenn ihr möchtet, von innen auch noch ein Stück einkleben. Designer Papier haben wir ja meistens alle genug. So. Und dann brauchen wir nur noch dekorieren. Aber da muss ich erst noch meine Eule fertig machen. Und die werde ich kolorieren, so wie im letzten Video auch. Mit Granit, Schiefergrau, Blütenrosa und was habe ich hier noch? Kölnsgelb. Das mache ich jetzt eben ohne euch. Ich male die sozusagen an. Kolorieren ist ja nicht meine Stärke, das sage ich immer wieder. Und dann stanze ich die auch aus. Wir dekorieren die ganze Box noch und dann sind wir auch schon fertig. So meine Lieben. Wir dekorieren aus und ich habe das jetzt einfach nur übereinander gesetzt mit Dimensionals. Da fangen wir mit dem langen Element an. Das kommt in etwa mittig auf unseren Kreis. Dann nehmen wir unsere Eule. Und die habe ich ja mit unseren Alkoholmarkern, mit den eckigen, koloriert. Da denkt bitte immer dran, dass ihr euch da was drunter legt, wenn ihr mit den Stiften koloriert, weil die durchbluten. So hier in der Mitte mache ich mir ein bisschen Flüssigkleber, damit die Eule an sich dann auch an dem Fähnchen klebt. So, da muss ich jetzt noch ein bisschen zirkeln. So ist das gut. Und das Ganze habe ich dann wiederum nochmal auf Dimensionals gesetzt, damit uns das schön entgegenkommt. Auf die Box. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr jetzt auch vorne die Öffnung habt. Das sieht gut aus. Und somit sind wir schon fertig. Wie gesagt, ihr könnt jetzt hier vorne noch einen kleinen Eingriff machen. Den lasse ich hier jetzt einfach weg. Das ist natürlich auch wie immer Geschmackssache. Auch Steinchen werde ich hier jetzt nicht mit drauflegen. Da könnt ihr natürlich auch noch ein Band unterlegen. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir machen über Pe Liebe und bis zum nächsten Mal.